Vor allem müssen wir eben defensiv wenig zulassen und da gilt es gegen Bayern anzusetzen. Die defensive Stabilität ist das A und O und da müssen wir uns präsent zeigen, da müssen wir ein ekliger Gegner sein, so wie uns viele in vielen Heimspielen in den vergangenen zehn Jahren es uns ausgezeichnet hat, dass wir eben ein unangenehmer Gegner sind und da müssen wir hinkommen, da noch präsenter im Zweikampf zu sein und Bayern München am Fight abzuliefern. Wie ich es vorher schon gesagt habe, wir müssen mutig sein, wir müssen aggressiv sein, wir müssen ihnen Spaß am Fußball nehmen, wir wissen, dass wir Außenseiter sind und wahrscheinlich in zehn Spielen gewinnt neu mal Bayern München, aber es ist möglich zu gewinnen und auch zu punkten und das werden wir probieren, dass wir natürlich einen Sanitag brauchen, dass die Bayern vielleicht schwerer ins Spiel kommen müssen, ist auch klar, dass da viel zusammen kommen muss. Ja, wir haben zweimal gegen Bayern München gewonnen, es war zu Hause mit Sascha Möllers mit dem Tor, es war in München mit der roten Karte vom Torwart und Bobadier macht das 1-0. Ja und hallo, für mich ist es einfach ein normales Bundesligaspiel, nach dem Spiel kann ich mit Robert einfach reden, aber vor dem Spiel ist ein normaler Gegner und ich will einfach jeden Ball von ihm halten und auch von anderen Spielern aus Bayern München. Für mich ist es einfach ein geiles Spiel, Freitagabend, volles Stadion und wir haben gar nichts zu verlieren. Also, das ist einfach ein bisschen zu verlieren. Also, das ist einfach ein bisschen zu verlieren. Und das ist einfach ein bisschen zu verlieren. Also, das ist einfach ein bisschen zu verlieren.